Glückwunsch, hier ist unser Man of the Match und das ist wirklich vollkommen zu Recht. Hast du die Trophäe schon in den Spind getan? Ja, die steht auf meinem Platz, ja. Ja, dann direkt mal nachgehakt, 44. Minute, boah, das war nicht nur eine Glanztat heute von dir. Hast du deinen Job heute mehr als gut gemacht? Würdest du das auch so sehen? Ja, danke. Ja, nein, natürlich konnte ich mich heute auszeichnen mit den zwei Paraden, aber ich denke, dass es für uns ein schwieriges Spiel war und dann muss man auch manchmal den Teuter mal gebrauchen als Mannschaft. Und ja, ich glaube, ich war da. Aber ich denke trotzdem, dass die Mannschaft so gut gekämpft hat. Es war ein schwieriges Spiel von uns, nicht unser schönstes. Aber ja, Hauptsache ist, die nächste Runde ist erreicht. Und ich denke, da sind wir alle froh darüber. Aber wir wissen natürlich auch, dass es viel besser kann, als das, was wir heute gezeigt haben. Morgen redet da, wie du es schon gesagt hast, keiner mehr drüber. Jetzt steht das Viertelfinale, das ist, glaube ich, ein richtig geiler Schritt. Für den Verein und für euch als Spieler und für die Fans da draußen alle. Und siehst du das auch so? Viertelfinale, DFB-Pokal, kann sich sehen lassen. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich so weit wie möglich kommen. Wir werden sehen, gegen wen wir jetzt spielen müssen. Aber unsere Aufgabe ist einfach, jedes Spiel zu versuchen zu gewinnen. Und ja, dann werden wir sehen, wo wir dann am Ende rauskommen. Aber ich denke, das ist ein schnellen Weg, um einen Pokal zu holen. Und ja, deswegen ist das uns sehr wichtig. Und versuchen wir auch in diesen Spielen halt, wie ich gesagt habe, jedes Spiel so ranzugehen, dass wir die nächste Runde erreichen wollen. Blick voraus schon auf Augsburg gerichtet, Samstag 15.30 Uhr, nicht viel Zeit zum Regenerieren. Was passiert bei dir bis dahin? Ja, nicht viel. Also ich denke, jeden Tag zum Training kommen, gut regenerieren, gut trainieren. Wäre du, wenn du fehlst. Ja, genau. Also nee, ich denke, erst mal gut regenerieren und dann haben wir den zweiten Tag am Freitag noch, um uns vorzubereiten auf Augsburg. Und ja, ich denke, jede Mannschaft oder viele Mannschaften haben jetzt mal englische Wochen gehabt. Also ich denke, das ist für jeden gleich, jeder hat viel Belastung. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns top regenerieren und dass wir Samstag auch wieder da sind. Max, Glückwunsch zu einem Sieg, zum Einzug ins Viertelfinale. War aber, muss man ehrlich sagen, hartes Stück Arbeit heute, war? Ja, absolut. Schalke hat uns alles abverlangt, muss man sagen, Kuhn hat super gehalten, auch in zwei, drei Situationen. Ich weiß gar nicht, wohin, aber wir haben es heute einfach spannender gemacht, als es überhaupt sein sollte. Weil ich denke schon, dass wir, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Cleverness auch in vielen Situationen hätten, hätten wir das ein oder andere Mal besser ausspielen müssen. Und ich glaube, da hätten wir nicht so gezittert, wie es doch am Ende dann gewesen war. Im Endeffekt steht aber jetzt das Viertelfinale. Und darüber dürfen wir uns, glaube ich, an dieser Stelle erstmal mächtig freuen. Ich glaube, das ist ein guter, nächster Schritt. Ja, absolut. Wir sind zufrieden, dass wir weitergekommen sind. Die Art und Weise, ich glaube, das kann man auch mal verkraften, dass wir jetzt nicht durch alle Spiele durchfliegen und alles an die Wand spielen. Das ist auch ganz normal. Man hat einfach gesehen, die Qualität, die Schalke nach wie vor auch hat. Der Tabellenplatz hat heute nicht das ausgespiegelt, wie ihre Leistung eigentlich auch ist. Und dann war es natürlich schwer. Aber ich denke, wir haben wieder zu Null gespielt, haben Kuhn auch mal ein paar Paraden auszeichnen lassen. Und dann haben wir Einzug gewonnen und sind natürlich zufrieden. Aber wie gesagt, wir können es besser, aber wir nehmen jetzt mal so einen dreckigen Sieg einfach mit. Was passiert jetzt bis Samstag? Füße hochlegen, ein paar Runden lecken? Ja, also Regeneration steht ganz oben an. Aber es ist das Schönste, wenn man alle drei Tage spielen kann. Ich finde es geil. Und deswegen wird es hoffentlich dann in Augsburg genauso weitergehen. Mili Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. War ein hartes Stück Arbeit heute. Würdest du das so unterschreiben? Ja, klar. Wir wussten, dass es schwer wird. Schalke hatte nichts zu verlieren. Wir sind als Favorit reingegangen. Aber Pokal ist halt Pokal, kennt man. Wir haben uns heute nicht gut gemacht. Aber morgen wird auch keiner mehr danach fragen. Deswegen ist es gegen Rund weiterkommen. Das haben wir geschafft. Und der Rest interessiert uns erstmal nicht. Muss man da heute auch mal ein besonderes Dankeschön an Kuhn sagen, der ja wirklich zwei, dreimal richtig gut gehalten hat heute? Ja, wir wissen glaube ich schon seit Monaten oder ihr hier seit Jahren, was Kuhn für ein sicherer Rückhalt ist. Das hat man am Wochenende auch gesehen gegen Freiburg. Heute natürlich wieder. Klar, großer Dank. Hat die Dinger wieder gut rausgefischt. Alles in allem können wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen bei ihm bedanken. Können uns glücklich schätzen, so einen Torwart in unseren Reihen zu haben. Ja, aber das zeigt halt auch die Qualität der Mannschaft. Wenn es spielerisch nicht so läuft, wenn es mehr über den Kampf kommen muss, dass dann jeder für ihn da ist. Und das hat Kuhn heute wieder gezeigt. Dementsprechend freuen wir uns natürlich. Was passiert jetzt bis Samstag? Ist ja gar nicht so viel Zeit bis zum nächsten Spiel in der Bundesliga. Ja, nicht viel. Wir werden morgen regenerieren. Freitag werden wir auch nicht viel machen. Und wenn wir schon nach Augsburg fliegen, Samstag geht es direkt weiter um halb vier in der Bundesliga. Da gibt es keine Pausen mehr. So ist das halt. Sava Glückwunsch. Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. Ich glaube, das ist heute ein starker Arbeitssieg gewesen. Also ein Pokalsieg würde ich sagen. Also schwierig, sehr schwierig. War sicherlich kein gutes Spiel von uns, muss man ganz klar sagen. Aber es ist im Endeffekt scheißegal, weil wir sind eine Runde weiter. Und meistens ist es mir so, wenn man weit kommen will in einem Pokal, dann muss man solche Runden einstellen. Heute gab es auch das schnelle Wiedersehen mit dem Willi. Wie war das auf dem Platz? Plötzlich den in weiß-blau zu sehen? Ja, es geht schnell im Fußball. Ich habe ihn ja dann wieder gesehen beim Elfmeter. Zum Glück hat er mich ein wenig erwischt und es hat Elfmeter gegeben. Aber ich glaube, es passt ganz gut für ihn. Er spielt dort relativ oder wird dort relativ viel spielen. Er ist ein wichtiger Spieler dort und wird ihm helfen gegen den Abstiegskampf. Und ich glaube, das tut uns allen gut. Für ihn ist es gut, dass wir ihn wiedersehen. Und für uns war das Ergebnis auch gut. Und Schlag auf Schlag geht es weiter. Augsburg jetzt am Samstag. Bundesliga. Was passiert bis dahin bei dir? Füße hoch? Nein, Regeneration. Reine Regeneration sind wieder nur zwei Tage. Also es ist eine ganz kurze Woche zum Regenerieren. Und wir müssen einfach schauen, dass wir so schnell wie es geht das Spiel wieder rauslaufen und dann am Samstag wieder performen.